Oh, die Turmuhr schlägt 12 Uhr. Wir sind überpünktlich. Wir haben gestern gesagt, wir wollen um 12 Uhr los und somit erst mal hallo. Guten Morgen, guten Mittag und ja, bon voyage, will ich mal sagen, weil wir fahren jetzt nach Straßburg, nach Frankreich. Mein Weihnachtsgeschenk. Oh ja, stimmt, Weihnachten. Ist ja bald schon wieder, aber man muss ja immer so weit vorausplanen. Erstmal habe ich Geburtstag. Ja, das stimmt. Ja, also dann fahren wir mal los, dass wir schnell ankommen. Ohlala. Et voilà, wir sind in der Straßburg. Ja, wir sind ja mit ein bisschen Verzögerung, natürlich hatten wir Stau angekommen und jetzt haben wir erst mal in unser Zimmerchen hier eingecheckt. Also es ist ein Zimmer mit so einer kleinen Küchenzeile, die wir auch hier haben und einem Bad. Nichts besonders, aber es reicht zum Pennen. Es ist ganz, ganz easy, aber wir werden sowieso nur hier sein zum Schlafen heute Abend. Mehr wird jetzt nicht sein. Wir machen uns jetzt auch gleich wieder auf den Weg. Ja, wir gucken uns jetzt mal an, wo wir hier angekommen sind. Wo wir überhaupt sind. Genau, erst mal so ein bisschen abchecken. Genau, wo müssen wir hin, was ist in der Nähe, mit was müssen wir fahren. Ja, was essen wir vielleicht auch ganz schön. Ich habe Hunger. Ja, ein bisschen. Ja, Hunger. Wir werden das finden. Auf geht's, ab nach Straßburg. Ich bin wieder fröhlich, ich bin wieder fröhlich. Ich habe sie abgefüttert. Wir mussten jetzt mal schnell zu Kentucky Fried Chicken gehen, weil es ist nämlich so, es ist anders als bei uns. Die Restaurants machen hier frühestens um viertel nach sechs, halb sieben, wie manche auch erst sieben, halb acht auf. Also es gibt im Moment hier nur Kaffee oder halt Süßkram und Eis und die Restaurants, wie gesagt, erst später und das hätte ich jetzt echt nicht ausgehalten. Das hätte ich auch nicht ausgehalten. Wir sind schon so lange unterwegs und ich hatte so einen Hunger. Also das war jetzt ganz cool. Wir haben da jetzt nicht viel gegessen. Also es war wirklich moderat, weil wir wollen dann lieber später nochmal irgendwo was anderes essen. Ganz genau. Wir wollen jetzt so ein bisschen in der Stadt bleiben und jetzt strunzen wir erstmal noch ein bisschen rum. Genau. Wir werden heute noch gar nicht so sehr viel zeigen und vloggen einfach, weil wir uns das für morgen aufheben. Ja, morgen werdet ihr alles sehen. Ja, und morgen kriege ich dann wieder einen Anschluss, weil ich überall stehen bleibe zum Filmen. Ja, hier sind so viele Menschen unterwegs, weil ich verliere ihn unterwegs. Ich laufe dann weiter so, ja, dummdi dumm und wer ist nicht da, Till ist nicht da, weil er irgendwo stehen bleibt, um eine Schnecke zu filmen und ich bin schon fünf Meter weiter gelaufen. Hier laufen hundert Leute rum, schwupp ist der weg. So geht das nicht. Wir werden sehen, wie das morgen wird. Wir haben nochmal lecker gegessen. Ja, es war sehr, sehr gut. In diesem wunderschönen Restaurant, was ihr hier hinten hinter uns beleuchtet seht, direkt am Wasser. Es war wirklich sehr lecker und es ist noch ganz wunderbar warm. Wir haben noch 22 Grad. Es ist der Hammer. Ja. Könnt ihr wirklich meinen, es ist schon Sommer. Genau. Es ist toll. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen durch die Stadt planieren und schauen, wie schön das Ganze jetzt beleuchtet aussieht. Ja. Bevor wir dann ins Bett gehen, weil morgen wird ein knackiger Tag werden, aber an dem lassen wir euch dann natürlich auch voll teilhaben. Morgen wird geflockt, was das Zeug hält. Richtig. Wir sind heute schon, ja, gute zehn Kilometer mindestens gelaufen. Ja. Bis jetzt. Wir sind ja noch nicht fertig und wir haben ja heute nur mal so abgecheckt. Also, wie gesagt, morgen... Ich freue mich richtig auf morgen. Ich freue mich richtig auf morgen. Wir werden noch mal ein bisschen laufen. Ich freue mich nicht auf morgen. Ich habe so viele Ecken gesehen, wo ich gesagt habe, so, oh, was für ein geiles Post. Morgen fahren wir auch ein bisschen mit dem Boot. Vielleicht fahren wir auch mit der kleinen Eisenbahn. Wir werden es sehen. Mal schauen. Wir werden mal alle Touristensachen mitnehmen, die uns so gefallen. Ja. Und ihr dürft mitkommen. Aber erst morgen. Erst morgen. Also, tschüss, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.